Willkommen bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermachen und wie es weitergeht und bei die heimischen Sachen zu vermachen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Schaut kanalinfo, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok und meine Homepage. Und da ist ein YouTube-Kanal verlinkt. Das ist ein Kollege von mir. Er macht Gaming-Videos. Schaut bei denen nach und lasst bei ihm ein Abo da und schaut bei ihm vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr und teilt das Video mit eurem Freunde, Familie, überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram, Snapchat, überall. Und hier haben wir die Pfeffermünze. Die ist richtig gut am Wachsen. Sie macht da Seitentriebe, wegen da haben wir in der Mitte damals abgeschnitten, den Zweig und in die Erde gesteckt und die beginnt zum Wurzeln. Stecken wir wieder rein. So. Und da haben wir die Zitronenmelisse. Die ist auch am Wachsen. Die haben wir auch durch Stöckling vermehrt. Da haben wir damals, wir gemeinsam, ein Video darüber gemacht. Die ist am richtig super wachsen. Ja. Schaut ganz gut aus. Und hier haben wir die Maracuja. Da hängt so eine richtige, große Frucht oben. Die ist noch nicht runtergefallen. Und da hängt auch eine Frucht. Die ist noch am Hängen. Schaut ganz toll aus. Dann mal auf Zeiten stellen. Und hier haben wir die Papaya. Die schaut auch ganz gut aus. Die muss ich ein bisschen weiter runterstellen. Wegen die bringe ich dann sonst durchdringend das Bild hinein. Die schaut, kriegt so großes Blatt. Kann ich näher zeigen. Schau. Seht ihr das? Richtig großer Baum. Da auf die Seite, wo die alten Blätter sind, greift die wieder neu aus. Stellt ihr das vor. Stellt ihr das euch vor. In Österreich. Jetzt muss ich euch noch was zeigen. Da haben wir die Avocadokern. Der hat schon eine lange Wurzel. Schaut die nicht gut aus. Die stecken wir wieder hinein. Ohne zu Wurzel abbrechen. Und hier haben wir den Mandelbaum. Was wir selbst gezogen haben. Er hat da. Da haben wir ihm abgeschnitten. Wo das braune ist. Wegen er hat Seiten drüber gemacht. Jetzt schneiden wir ihn nochmal ab. Hier. Dann musst du nochmal Seiten drüber machen. Und das schaut dann richtig so schön aus. Dann schaut das gut aus. Hier haben wir eine kleine Physalis Pflanze. Die darf man irgendwann umtopfen. Vielleicht heute sogar. Noch. Und da haben wir die größte Physalis Pflanze. Die ist einfach so gerade gewachsen. Wie ihr seht sie jetzt. Ja. Schaut aber ganz gut aus. Gesund ist sie. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut sie in die Videobeschreibung. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schaut die Kanal-Info. Und schaut bei euch vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teilt das Video mit euren Freunden, Familie. Überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram. Und schaut auf meine Homepage drauf. Und schaut auf einen YouTube-Kanal. Der ist in Kanal-Info verlinkt. Und das ist ein guter Kollege von mir. Und lasst bei ihm ein Abo da. Und ein Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.